Heute habe ich etwas mit einer künstlichen Intelligenz gemacht, was bis jetzt wahrscheinlich noch niemand gemacht hat. Ich meine, mittlerweile hat doch jeder schon mit Snapchat-AI geredet oder random Sachen zu süßen Kreaturen gemacht. Also wird es Zeit, den Einsatz zu erhöhen für etwas noch viel Krasseres. Auch wenn mich manche Leute davon abhalten wollten. Freddy, nein. Was wäre, wenn die KI meinen kompletten Kanal analysiert und aus allen Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, ein komplett neues Video selbst kreiert? Würde es überhaupt auffallen? Tatsächlich hat er mir direkt ein Skript ausgespuckt mit einer etwas abgefuckten Storyline, aber dafür mit den richtigen Leuten, die man aus meinen Vlogs kennt. Das, was sie jedoch gesagt haben, klang schon etwas eigenartig. Karina, stell keine Fragen, lauf einfach! Nachdem ich alles abgedreht und im Schnitt verfeinert hatte, musste ich den Fiebertraum, äh, das Video nur noch posten. Und ihr könnt mir glauben, wenn ich sage...